Es gibt eine Passage zu dem wohl grauenvollsten Ort, den man sich vorstellen kann. Ein Tor, hinter dem die Dämonen lauern, um sich zurückzuholen, was einst ihnen gehörte. Gate, die Unterirdischen. Wow! Und nun hat jemand das Tor geöffnet. Sie öffnet die Tür? Ganz langsam. Und sieht den verwesten Leuchnam ihres Vaters. Oh nein! Nein! Geh weg! Und er streckt seine Hand nach ihrem Freund auf. Ich rufe die Polizei an! Du hast Dämonen! Ist das wahr, was du mir die Dämonen gesagt hast? Was denn für Dämonen? Mom! Dad! Du warst ungezogen! Nein! Nein! Sie haben das Tor zum Reich der Dämonen geöffnet und die Mächte der Finsternis greifen nach ihnen. Gate, die Unterirdischen. Hike! Du warst hier! H Nikki! Hike! Jahrh easiest! und denke, es sein wird der dritte! ierk Hike! Vielen Dank.